Das ist ja geil, ich mag es Sachen abzuscannen. Das ist ja cool, okay. Geht hier noch mehr zum scannen? Tatsächlich, hier guck dir das an. Oh cool, kann man alles mitnehmen, oder was? Ja, tatsächlich. So, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Subnautica, Part Nummer 3. Ja, es wird immer, was braucht, warte mal, Werkzeuge, guck mal. Das habe ich, ich habe mir gerade eben ein Video angeguckt, wie ich ein bisschen vorankomme. Und da habe ich gesehen, ich könnte, bei den Werkzeugen kann ich auf jeden Fall schon Stuff machen. Silikongummi haben wir, Höhlen-Spielfühl kann ich finden. Und das holen wir uns auf jeden Fall. Und hier Batterie, geil. Okay, also. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viel Scheiß, den wir holen können und machen können. Und den wir brauchen. Was haben wir hier? Warte mal, ach, das... Muss ich alles rausholen, oder was? Nee, wo ist denn unsere Batterie von eben? Habe ich nicht eben eine Batterie gemacht? Ich dachte, ich hätte eben mal eine Batterie gemacht, oder nicht? Okay. Na gut, dann lass doch mal hier gucken. Äh, was denn? Batterie... Warte mal, bin ich jetzt bescheuert? Wo ist das denn? Da, Werkzeuge. Oh, ein Feldmesser kann ich auch schon machen. Oh, wie krass. Okay, cool. So, wie komme ich jetzt nochmal in die Batterie? Willst du mich verarschen? Batterie, Kupferärzt. Ah, ich habe... Blöd. Ich habe mein Kupferärzt versaut. Okay, blöd. Ähm... Ja, dämlich. Dann muss ich nochmal nach Kupfer suchen. Keine Ahnung, wo das ist, aber das werden wir finden. Was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ist... Äh, wo haben wir es denn? Was hätte ich mehr? Da brauchen wir jetzt nicht. Hier, Werkzeuge. Erstmal... Feldmesser. Oh ja, wir bauen uns ein Messerchen. Damit können wir doch bestimmt auch irgendwas kaputt machen. Die Kupferärzte wurden aus Standard-Survival-Blueprinten, folgendem Massaker auf Abraxys-Prime. Die Kupferärzte bleibt die einzige Exception. Okay. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir noch ganz... Ach, guck mal, hier ist noch Kupferärzt. Ach, perfekt. Uh, Glück gehabt. So, was brauchen wir denn noch? Das nicht, das nicht. Aber halt, das nehmen wir mit. Das einfach nur kurz, dass wir es haben. So, wo ist unser Scheiß-Thema bauen können? Reparaturwerkzeug. Die Höhenspäfel-Stuff. Was? Hä? Okay. Hier hinten, oder was? Ich sehe jetzt noch nichts. Uh. Ah! Oh! 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 Okay! What the fuck? Okay, sehr gut. Ich habe was... Alter, was war das? Das ist ja absolut crazy. Okay, das... Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber gut. Dann, äh, das nehmen wir mit. Perfekt, wunderbar. Können wir nämlich gleich benutzen. Ähm, Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Blei- und Fasergebäude? Da. Blei- und Fasergebäude. Keine Ahnung, wo ich das Fasergebäude herkriege, aber machen wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. Geräte, ne, hier, äh, Werkzeuge, Batterie brauchen wir. Das holen wir gleich. Und, ach, Batterien. Noch mehr Batterien. Okay, komm, let's go. Batterie, let's go. Perfekt. Und ich glaube, ich brauche noch von diesen... Wunderbar. Sehr gut. So, dann hole ich doch jetzt endlich nochmal diese, diese... Sorry, Pilze, weil die habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Baue ich mal zwei Stück. Komm, gib mir mal den Scheiß. Dann gehen wir wieder hoch. Und... Seht ihr mal, jetzt, äh, komme ich da langsam rein. Es ist ein bisschen... Äh, schwierig. Am Anfang tatsächlich. So, den Scanner bauen wir gleich. Und noch eine Batterie brauchen wir noch, ne? Ja, hier. Nice. Schönes Ding. Jetzt wird's doch langsam. Hier, einmal den Scanner. Dann können wir nämlich Sachen scannen. Und vielleicht noch, ich weiß gar nicht, was wir... Bauchleiners... Oh! Uh! Okay. Selbstscannen. Auch gut zu wissen. So, und dann können wir nämlich jetzt auch noch... ...ne Taschenlampe machen. Endlich. Oh, geil. Och, fein. So, was können wir noch bauen eigentlich? Das Messer haben wir schon. Nutzt sich das ab? Bestimmt, ne? So. Dann holen wir doch jetzt erstmal den... ...Höhlenschwefel. Höhlenschwefel kriegen wir nämlich von diesen Kackviechern... ...die uns genervt haben die ganze Zeit. Aber erstmal mache ich wieder ganz, ganz den Baupläne hier weg. Ähm, wo war's denn? Ne, da ist es, ne? Alle lösen. Weg damit. So. Ähm. Selbstscannen abgeschlossen. Genau. Können wir nämlich hier die... ...wann wir denn unser Stuff? Inventar. Schnellgriff, Zugriff zuweisen. Hier hin. Okay. So, dann sieht das doch eigentlich ganz... Hier, guck mal einen an. Energie. Ah, die muss ich ja mal wieder machen, oder was? Ah, scheiße. Okay, sollten wir uns auf jeden Fall merken. Und diese Blasenfische. Ich muss mir... Das ist kein Blasenfisch. Das ist ein Blasenfisch. Den muss ich mir holen. Weil wir nämlich damit... ...uns Wasser machen können. Und Wasser brauchen wir definitiv. Kann ich jetzt... Guck mal, jetzt kann doch hier uns jetzt was Leckeres... Warte mal, hier. Ah. Nein. Da. Oh. Oh. Das ist ja geil. Ich mag es, Sachen abzuscannen. Das ist ja cool, okay. Geht hier noch mehr zum Scannen? Tatsächlich. Hier, guck dir das an. Oh, cool. Kann man alles mitnehmen, oder was? Ja, tatsächlich. Hier, Säurepilz. Eine einfache, bohren-tragende Pilzart. Der Fruchtkörper enthält eine stark säurehaltige Verbindung, die ins Wasser übergeht. Bewertung nicht essbar, die Säure findet an... Ne, findet Anwendung in der Herstellung von Batterien. Ach, siehste mal. So kriegst du nämlich auch mit. Was für ein... Ach, na also. Oh ja. Als Einheimische... Okay, lass mal gucken, was ist das? Jede Scheibe besteht aus... Bla, bla, bla. Beurteilung verwertbar zur Herstellung von Computerchips. Fuck, 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 fuck. Oh, knapp war's. Fuck, das war wirklich knapp. Ähm. Okay. Kann ich das irgendwie ab... Windgras. Okay, was können wir damit machen? Gut angepasst. So, bla, bla, bla. Kann ich das... anschnitzen? Tatsächlich. Oh, cool. Okay. Dann geht das doch bestimmt auch, ne? Ja, tatsächlich. Na also. Dann kann ich nämlich damit Wasser machen. Ah. Wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. Ähm. Können wir doch bestimmt auch mal kurz unseren Scheiß wegpacken, oder? Erstmal... Ah, wir müssen was essen. Wir müssen definitiv was essen und unsere Heilung mal voranbringen. Das nehmen wir, machen wir, das machen wir, das essen wir. Das passt. Müssen wir auf jeden Fall was essen. Sondern ansonsten verrecken wir hier gleich noch. Gepökelte. Ne, kein Blasenfisch. Wir machen hier... Ne, das auch nicht. Hier unten den Reif... Reiffisch. Den machen wir nochmal, oder? Ne, können wir nicht nochmal machen. Schade. Okay. So, was haben wir hier? Das Messer? Was ist das? Auftriebskörper. Notfallauftriebskörper. Oh, das ist praktisch natürlich, gell? So. Reparaturwerkzeug. Sehr geil. Das holen wir uns auf jeden Fall. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Komm her. Dann essen wir dich. Und dich essen wir auch noch. Und jetzt sind wir... Fuck. Okay, dann müssen wir uns doch nochmal fix irgendwie Wasser machen. Chlorbleiche. So, Chlorbleiche kriegen wir durch das Hüllendingszeug. Korallenzeug. Holen wir uns doch gleich. So, dann haben wir das. Und Ressourcen. Titan, Glas. Ja, als ja damit. So, wunderbar. Dann haben wir hier... Trinken, trinken. Haben wir noch was zu essen? Ja, perfekt. Jetzt sind wir fast komplett voll. Geil. Können wir hier auch grad was reinpacken? Was wir nicht brauchen? Ja. Hier, guck dir den Scheiß an. Weg damit. Ah. Aber auch nicht so viel. Ja, das ist halt... Das ist halt saudumm, ne? Der hätte ich eigentlich... Na, egal. So, dann holen wir uns doch mal. Holen wir uns jetzt erstmal hier unten. Den Spaß. Da. Ja. So sieht es nämlich aus. Genau so sieht es nämlich aus. Also. Dann haben wir da... Warte mal, kann ich das nicht scannen? Ne, das wird mir immer wieder angezeigt, wenn ich was Neues scannen kann. So, was ist das hier? Tischkoralle. Ah. Ah, Tischkoralle. Tatsächlich, so kann man das abmachen. Habe ich euch schon gescannt? Ja, ich habe es schon gescannt. So. So. Ich kann nicht... Doch, ich kann nicht... Oh, cool. Okay, dann kann ich dich mitnehmen. Nö. Paddelkäfer, was macht der? Erstens. Kiefer, so klein. Drei Mundwerkzeugbeurteilung. Wichtiger Abfallverwerter. Die Anwesenheit dieser Tierart kann auf nahegelegene Höhensysteme hinweisen. Oh, okay. Praktisch. Da unten ist doch was, tatsächlich. Ähm. Ja, da ist... Oben ist auch so ein Krall. So ein Knalldings. Aber wir müssen erstmal hoch. Ich muss ans... Oxygen-Silver-Based-Wiring ist ein essentielles Komponenten von vielen Habitat-Modeln. Ach, nö. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ich glaube, ich habe mich jetzt verlaufen. Fuck. Nein, doch nicht. Darum ist es. Ah, fuck, 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 fuck. Ah, ärgerlich. Schon wieder gestorben. Fuck. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Okay, jetzt geht's. Jetzt passiert's. Jetzt, äh, verlieren wir tatsächlich unseren Scheiß. Ist aber auch besser so. Weil wie ätzend ist das denn, wenn du die ganze Zeit, ähm... Ab. Nein. Aha. Wie ätzend ist das denn, wenn du die ganze Zeit das überleben kannst, beziehungsweise drauf gehst und es passiert nix. So. Was ich aber jetzt eigentlich will, ich will immer noch diese Knallviecher. Da. Ne, das nicht. Was sind sie denn? Weißt du? Suchst du? Findest du? Willst du keinen finden? Willst du einen finden? Findest du keinen? Willst du keinen finden? Findest du keinen? Moment, das war fast falsch. Okay. Was ist das hier? Kann ich das scannen? Ne, ich kann's auch nicht auch... Oh, Moment mal. Kann ich das an... An... Ne, kann ich nicht andensen. So, dann gehen wir erstmal... Nein, falsche Richtung. Gehen wir erstmal kurz an die Sauerstoff holen. Und... Dann gehen wir wieder runter. So. Da in der Höhle ist doch bestimmt irgendwas. Wo ist die... Wo ist... Ich hab hier gerade eine Höhle gefunden. Da ist eine Höhle. So. Ja, euch. Kann ich dich anstupsen? Au. Nein, 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 nein. Ach, Glück gehabt. Weil ich brauch das hier. Das brauch ich. So, Schwefelpflanze kann ich scannen. Und dann haben wir Beurteilung. Schwefel kann zuher schon Reparaturwechsel benutzen. Super. Siehst du mal. So, hier haben wir hier noch mehr. Säurepilz, das kann ich scannen, oder? Ne, hab ich schon. Oxygen ist noch okay. So, Taschenlampe. Da. Scheißvieh. Ohne Mist. Oh, fuck. Jetzt müssen wir aber hoch. Jetzt müssen wir dringend hoch. Scheiße, wo ist sie? Ah. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Nein, falsch rum. Uh. Oh. Glück gehabt. Ich will ja nicht schon wieder draufgehen wegen nix. So. Kann ich das hier auch noch mal scannen? Dich kann ich scannen, gell? Nein, bla, 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 Blasenfisch. Komm her. Komm her. Na also. So, als Herr mit dem Scheiß. So. Höher, äh, Höhleneingang. Hier ist noch mehr Höhle. Hier müssen wir aufpassen. Nicht gleich gleich. Das ist doch schon wieder die eine Höhle, wo ich mich eben ver, verlaufen hab. Ich seh's schon kommen. Ich geh gleich wieder drauf, weil ich mich verschwimme. Hä, ich hab mich schon wieder verschwommen. Hä, 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 hä. Es ist einfach, das ist der Wahnsinn. Das kann ich noch scannen, richtig? Guck mal, das kann ich noch mal kurz scannen. Ja. Hähnkoralle. Kann ich das anmessern? Tatsächlich. Ja, ja, auf geht's. Geh mal hoch. So, wo ist unser Schiff? Wo ist es? Da ist das Schiff. Dann können wir nämlich jetzt endlich, Alter, ich dachte grad, endlich das Reparaturwerkzeug machen. Geil. Also ich hab, macht schon Bock, weil man die ganze Zeit den Progress merkt. Man merkt halt einfach die ganze Zeit, dass man was geschafft hat. Und dass man besser wird. Und sowas mag ich tatsächlich. Das mag ich sehr. So, dann können wir nämlich hier uns auch grad mal mit dem, genau das. So. Was ist das? Hinko rein, Probe auf. Keine Ahnung, aber es wird. Guck mal, jetzt können wir nämlich hier. Persönliches Werkzeug, Reparaturwerkzeug. Nice. Geht doch. Finally. So, und dann können wir doch bestimmt. Wo ist das Reparaturwerkzeug da? Dann kommt das genau da hin. Kann ich dich reparieren? Ja. Super. Na also. Geht doch. Das können wir auch reparieren, oder? Reparatur. Ah, perfekt. Kommunikator. Das ist klar, okay. So, jetzt haben wir nämlich hier endlich Licht. Das kann ich jetzt hier vielleicht auch mehr benutzen. Kann ich hier mehr reinmachen? Schade, das wäre cool gewesen. Hätte ich jetzt nur hier reinmachen können. So, kann ich hier wieder mehr... Hm. Nee, irgendwie nicht, ne? Wasser kann ich machen. Chlorbleiche. Moment. Moment, wie kann ich denn nochmal Chlorbleiche machen? Salzablagerung. Fuck, ich habe keine Salzablagerung mehr. Beziehungsweise... Oder? Lass mal kurz gucken. Was können wir noch? Ausrüstung. Das war es nicht. Den kann ich auch nicht bauen. Wir brauchen... Wo habe ich das Silberherz her? Okay. Na gut, dann. Gucken wir mal, ob wir hier den Scheiß haben. Lass mal nehmen. Dann tun wir das mal weg. Das tun wir auch weg. Silberherz. Keine Ahnung, wo ich das Silberherz aufgesammelt habe. Oh fuck, was brauche ich? Titan, ne? Titan brauche ich und noch irgendwas war's. Glas? Kommt das Glas hin? Ausrüstung. Glas. Ja, tatsächlich braucht noch ein Glas. Okay, dann wechseln wir das doch mal kurz. Ein Glas habe ich ja. Dann kommt das hier weg. Das Glas kommt rein. Habe ich nämlich auch endlich wieder ein bisschen mehr Platz. Mann. Oh, perfekt. Super, endlich. Finally. Ach guck mal, haben wir jetzt sogar... Ach guck mal, jetzt haben wir sogar noch mehr Stuff, was wir... Ach cool. Jetzt haben wir mehr Stuff freigeschaltet zum Craften, oder was? Oh ja, tatsächlich. Ein Computerchip. Haben wir eben gesehen, wo ich das herkriege. so... Dann machen wir uns hier gerade nochmal mit dem Blasenfisch ein bisschen Wasser und dann kochen wir uns auch nochmal was, weil wir haben nämlich Hunger. Kann ich was kochen? Nö, ich kann nichts kochen. Scheiße. Reparaturwerkzeug brauchen wir jetzt nicht. Aber das Reparaturwerkzeug wird auf jeden Fall... Das wird noch... Mit hoher Kapazität kann ich das... Warte mal, kann ich das nicht... Ist das nicht automatisch? Oh ja. Oh ja, das ist auf jeden Fall besser. Was hätte ich da behält? Das bleibt... Was kann ich denn jetzt hier mal reinpacken in die Kiste? Ähm... Das Ei. Das brauchen wir nicht. Scheiße. Ähm... Ja, jetzt haben wir zu viel Stuff wieder. Salzab... Ach guck mal, Salzablagerung. Doch, guck mal. Dann kann ich mir doch jetzt hier Wasser machen, oder nicht? Weil das geht ja nicht kaputt. Das wird ja nicht schlecht. Wo ist meine... Wo ist meine Korallenprobe? Hä? Moment, wo ist denn meine Korallen... Das will ich kurz nochmal testen. Lass mal kurz ins Wasser gehen. Da. Lass mal kurz hier rein. Ist mein Inventar geht's ja noch, ne? Na geht doch. Komm, als Herr mit dem Scheiß. So. Gehen wir nämlich hoch. Wenn wir jetzt Wasser machen, was soll es denn? Komm. Nein. Falsches Ding. Hier. Na also. Man muss schon sagen, was soll es denn? Lech ist ein essenzieller Chemikalier, der benutzt für Kliniken und purifizieren. Ach, für Buntreinigung sogar, okay. Ach, Quats. Guck mal, ich kann mir noch mehr Glas machen. Sehr gut. So, jetzt kann ich mir nämlich Wasser machen. Richtig. Na also. Geht doch. Und das wird nämlich auch nicht schlecht. Perfekt. So. Quatsch. Ausrüstung. Hier, Reparaturwerkzeug brauchen wir jetzt nicht. Jetzt kann ich nämlich endlich mit Wasser machen. Hier. Perfekt. Geht doch. So, dann müsste ich auf jeden Fall auch bald mal wieder was essen. Ähm. Kann ich hier noch was rauslegen. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Standard Tauchflasche, die kommt weg. Brauchen wir nicht. Die schmeißen wir auch fort. Das können wir im Wasser, die ich da behälte. Können wir doch gleich mal benutzen, oder nicht? Also nur mal, dass wir den Kann ich den Schnellzugriff zuweisen? Komm, machen wir mal da hin. So, dann kann ich den doch bestimmt. Ah ja. Siehst du mal, der bleibt da an derselben Stelle. Richtig? So, dann kann ich ihn doch da bestimmt. Ah. Ah ja, siehst du mal. Kann ich den Scheiß reinpacken? Das passt doch. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich ein bisschen Platz. Das wird wieder... Gott, ich werde... Ich sehe es schon wieder kommen. Ich baue nur Scheiße. Ich werde hier nur... Ich werde schon wieder was, was... So, diesen Stuff angeht, gell? Werde ich definitiv wieder nur Mist bauen. Einfach, weil ich... Bei sowas absolut unorganisiert bin. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall... Boah, wir haben wirklich ein bisschen was geschafft. Voll gut. Hier. Wo ist mein Scanner? Ach, guck, den Scan... Ach, guck mal. Der geht auch kaputt, oder was? Das ist ja doof. Also, ich hatte gehofft, dass die nicht kaputt gehen. Okay. Muss ich mir merken. Gut. Aber... Meine Lieben zugucke. Dann mache ich jetzt hier wieder einen Schnitt. Wir sind jetzt im nächsten Part. Passt euch auf und bleibt gesund. Und? Habt ein schönes Wochenende noch. Oder einen schönen Tag. Geht nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.